folge nummer 37 von aber wir sind beim ausrüstung stock wir hatten eine gewisse zeit dass die schon neue ausrüstung wieder hier bekommen können deswegen können wir ja mal auswählen und reingucken denke ich und schauen ist doch kein ausrüstung stock oder wie sehe ich das ressourcendepot ist okay da war meine information falsch wir haben aber hier im sektor und ausrüstung stock da steht fest das ist da und in dem fragen wir mal an ausrüstung handeln dann mäßig also im bergbau normal kein er geschützturm dabei das ist schlecht haben wir hier was scanner upgrade c3 pz detektor schützkontrollsysteme so wir sind schon drauf und wir werfen der geschütze 3 dazu und wir von der geschütze plus 1 was fest installieren energieverbrauch plus 138,9 megawatt für das eine geschütze extra und für die drei geschütze schon 416 sorry ja das ist ein ziviles geschützturm ich würde es jetzt mal gerade kaufen wollen ist ja nicht schlecht oder wir müssen gedockt sein klar dann müssen wir mal kurz gucken das sieht schon krass aus hier da ist das ressourcendepot oder wir sind auf der karte nehmen wir waren doch nicht auf der karte ausrüstung stock aus gewährte unsere drohne ist ja so mickrig klein dass wir gar nicht mitgekriegt haben wo wir sind ok dann mal dahin wenn es dann geht ok hier gibt es auf jeden fall was zum abbauen ausrüstung stock anfliegen und schauen was es dort gibt hier ist die landebahn mehrere bahnen west ost und nord süd vielleicht nicht keine ahnung im all gibt sowas nicht oder wie traktor strahl geht schon von da aus so dann schauen wir mal rein ausrüstung handeln nochmal schauen aber ich glaube hier hat sich nichts geändert es gibt kein air geschützturm aber wir wollten ja den geschützkontrollsystem haben für 93 das war das na ja das nehmen wir auf jeden fall mit weil groß und gut generator-upgrade aufladerate plus 25 bei fessen statt sind aktiv plus 13 eigentlich ist es ja auch nicht teuer 30 prozent reduziert generale plus 82 prozent bei fessen statt nicht aktiv plus 82 prozent erhöht die distanz aus der durch fracht exakte hp und et cetera andere schicker siehst ne machen wir nicht das müsste dann wenigstens gelb sein sag ich mal die drei sie aufspiel reichweite sektor energieverbrauch einzigartig kann nur einmal installiert werden eine meldung wenn interessanter bekommen wurden ja auf nähe will ich nicht system haben wir und das reicht erstmal das hatten wir das ist klar das ist alles nix was wir jetzt noch brauchen so dann mal auf karte und schauen was unsere ganzen gerätschaften hier noch machen der läuft wohl noch na das ist auch gut so und da ist die lady die auch läuft na wenn ich jetzt hier hinklicke ist nix abgewählt das ist doof ich glaube hier entlicken um abzuwählen ja das war wirklich der bringer mit dem an und abwählen so er war ja einfach so hin und her gesprungen da müssen wir jetzt einfach mal gucken ob ein planet irgendwie finden sie jetzt gerade gesprungen oder ist es wieder abwählen hier und er ist schon gesprungen ok dieser sektor konnte nicht auf den server geladen werden piraten schade und dass die piraten da so sind wir fliegen lieber weiter komm schon spring gleich kriegen wir einen auf der mitte wenn ihr da weg springst zehn piraten sind das gibt es natürlich einiges an dingen sag schon astroiden da wird angegriffen klar spring mal weg da jetzt ok was war das jetzt für ein zeichen ist die verloren oder was kaputt geschossen sektor wechseln schiff im sektor wechsel machen wir gerade mal gucken ob da was kaputt gegangen ist ja ich muss mal aus der karte raus jetzt geht's auch ja ich tippe mal drauf dass da was einiges kaputt gegangen ist oder ich gehe mal gerade ins baumenü und gehe mal gerade auf reparieren die lebenshaltungssysteme haben nicht genug energie deine besetzung könnte sterben ok das ist schon weg sehr schwach sehr schwach irgendwie fehlt uns generator upgrade hier dann oder was wir haben ja genug titan zum beispiel ist das hier ein generator titan generator ja steuerung copy steuerung auswählen und dahin machen und ja wenn wir schon dabei sind drehen wir das mal so ein bisschen und dann denke ich mal machen wir noch bis hier hinten mal generatoren hin damit das ein bisschen besser wird jetzt brauchen natürlich ein mechaniker ok dann ist der baumodus aber erstmal ok jetzt wird er wieder aufgeladen denke ich wir sind aber in einem sektor wo nix los ist und jetzt sind wir hier die möglichkeit kommen dann springen wir mal hier in koordinaten in den computer eingeben ein schiff ist da weg schon krass oder so springen wir da mal hin natürlich jetzt hier ist hier was drei tore die gewisse organisation die sind neutral da ist ein tor da ist ein tor und wo ist das dritte tor da 25 36 und das wird das nächste seine 22 tatsächlich springen wir da mal gerade hin springen nicht sondern fliegen ok schnell geht es ja schon mal brauchen wir mal irgendwo stationen zum personal kaufen oder haben wir noch personal an bord können natürlich auch sein ne gut dann fliegen wir da rein und gucken zu was dahinter ist 418 kreuzer 418 kreuzer und hier haben wir jetzt irgendwas in nächster nähe ist das vielleicht sortiert nach entfernung wahrscheinlich nicht ne doch könnte sein ne oder vielleicht auch nicht ne biotope wollte ich nicht anklicken ich wollte durchblättern aber das ist mein eigenes schiff das ist der baumenü tab müssen wir dann drücken anders geht es wohl nicht fregatte astroiden sind dann da stopp die leiterfabrik ist wohl das nächste dann fliegen wir mit 24 dahin na super aber ist halt so oh da vorne ist ein ding ins warte mal dann gucken wir doch da rein in das ausrüstungs dock und schauen was die im angebot haben torpedos so air mining geschützturm alles klar wollen wir nicht darüber reden fliegen wir jetzt hin ne abwacker achso das ist doch mining ist richtig also vollgas dahin weil das ja wichtig ist wir wollen ja meinen ne boah dauert ewig bis der traktorstrahl kommt oder was wir sind gedockt ausrüstung handeln so und den kaufen wir jetzt doppel point defense geschützturm schaden feuerrater tesla geschützturm tech 16 haben sie alle hier sonst ist da jetzt nichts kommen wir erstmal hier noch grad vorbei traktorstrahl abrölt mk4 plus 0,14 km reichweite schützt kontrollsystem plus 1 und plus 3 transporter dock abstand räumiger frachtaufnahme das wäre auch nicht schlecht ne plus 2,7 km quantum hyperraum geschützturm radar upgrade verbessern system handelsrouten erkennen nein also ist das jetzt hier nicht so das was ich bräuchte achso wir könnten jetzt aber noch mal crew nicht loswerden sondern kriegen haben sie nicht müssen wir also hier nehmen anheuern fertig und ausrüsten jetzt ist das da oben weg aber dafür haben wir überbevölkerung ja super läuft dann brauchen wir jetzt hier ein ding ins quartier störung c steuerung v machen wir da unten hin und fertig zack 20.25 passt baumodus kommen wir wieder raus jetzt ist nur noch schwach oder sehr schwach abwracker bergbau 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 die können wir mal alle verkaufen da sind ja keine erst den können wir behalten ich glaube die werden wir jetzt erstmal alle los abwracker geschützeisen bergbau so der kann weg der kann weg der kann weg der kann weg habe ich da schon etwas übersehen meine nächste seite titan bergbau eisenbergbau eisenbergbau titan das ist gut eisenbergbau geschützturm auch weg ok ok das hat nicht geklappt jetzt hier ist aber auch nicht schlimm das können wir gleich noch gucken was haben wir denn hier drauf eigentlich gar nichts ne doppel eisenbergbau geschützturm der ist aber groß der war so klein so das haben wir oder das ist frachtraum ja der erd so vor sich hin hat er ein dingens upgrade ja hat er gut dann kann er auch hier erstmal graben oder steigen wir mal aus sind wir ausgestiegen und gehen auf die karte und er soll hier graben und soll hier erzen geht wieder mal nicht ne das ist immer so richtig cool ne so den den und schleife ich hoffe ich hätte hier ein depot ressourcendepot süfelektro ressourcendepot ist auch dran und sehr gut so jetzt können wir hier nochmal ein bisschen markieren weil hier haben wir ganz viele blips das ist schon mal gut ne der hat ordentlich reichweite ne nichts zu raffinieren auch sehr schön ne so da auch noch hin da ist noch einer sonst bringt glaubt nichts mehr oder dann haben wir das erstmal mehr hat jetzt nichts zu tun er hier ne ich denke der hat noch zu tun ne irgendwas ist da schief gelaufen gehe zu 1 das sollte er vielleicht tun man 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 ne gehe zu 1 er zu hoffen kann er nicht komm dann machen wir erstmal so nochmal dann das machen und dann sollte es wiederholen und das wiederholen geht wieder nicht meine güte meine güte ey macht er das jetzt ich glaube wir müssen das erst wieder löschen wir müssen das erst wieder löschen schiff halten befehle verketten so auf ein neues so da 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 ich hoffe jetzt funktioniert es erst springen und dann auf zwei astroiden abbauen so soll es jetzt sein ich weiß nicht wer hier nichts zu raffinieren hat ich weiß nicht wer hier nichts zu raffinieren hat so escape haben wir gemacht die drohne ist hier am fliegen wir gehen nochmal auf eine karte ich weiß nicht wer hier was hat baut astroiden ab hat nix ist aber auch keins zum abbauen die lady soll abbauen die springt aber noch ok die ist aber dann auch am abbauen 448 jup das bedeutet die lady hat nichts mehr zu tun da eine aufgabe gegeben eine aufgabe gegeben Der hat zu tun, der hat zu tun. Die Lady macht jetzt auch, aber, ne? Sieht so aus. Ich gehe lieber raus so und dann weiß ich, dass ich dann keinen ausgewählt habe. Das ist der mit den ganz vielen. So, wir müssen hier hin. Ja, der muss auch noch was entdecken. Hier gibt es keine Blipse. Wir haben keinen Scanner da in irgendeiner Form. Das ist doof. Spring du mal da hin. Okay, auch kannst du da hinspringen. Das ist gerade so. Geht nicht anders, ne? Der hat auch noch Sprunggeschichten dran, ne? Jetzt müssen wir hier das Tor suchen, ne? Ja. Da ist es wohl auch nicht. Sieht da auch nicht danach aus, oder? Doch, da ist es. Dann würde ich mal vorschlagen, wir springen nach da. Ja, und dann müssen wir in der nächsten Folge da weitermachen. Ein bisschen. Aber jetzt lassen wir es erst mal gut sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade? Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.